Die U Beginne eine Geschichte Ein Moment, ich bin kurz AFK Ja, das Ende ist immer geil Nein Alter, wer hat denn bitte so lange dafür gebraucht Was soll das sein Gar nicht mehr Nein, warte, warte, falsch Ihr habt rechts oben wieder nur eine gewisse Zeit, um zu erraten, was das sein soll Und dann müsst ihr fertig sein Hallo Und ich glaube, dass der Kai meins hat Marco, hast du recht einfarbig gemalt? Nee Wer ist dazugekommen? Ey, wer ist dazugekommen? Niemand Sorry, ich wurde gerade angesprochen und damit bin ich automatisch in zwei Sachen gelandet Was soll das sein? Das ist so gut gemalt, aber was ist das da drauf? Was? Nicht gut gemalt Was ist das? Hölle Was wolltest du mir sagen? Hölle Oh mein Gott, weniger Zeit für sowas Was ist das? Was? Okay Okay, das sieht aus wie Ich muss es kurz sagen, aber das sieht aus wie fünf verschiedene Tiere, die es sein könnten Echt? Ich weiß nur nicht, welches Richtig, Marco Ja Okay Ich bin jetzt auch Kategorie 3 Ich auch Das ist schön Aber ich bin einfach nur zu fett Oh Okay Jetzt müssen alle noch was beschreiben Oh geil Äh Extra für Laura den Titel gewählt Ich hasse dich Okay Jetzt kommt die Auflösung Seid ihr bereit für die Auflösung? Machst du es manuell? Aber lass nicht vorlesen Vorlesen ist eklig Wir machen Vorlesen an Nein Automatisch Oh ja Oh ja Alles gegen Laura Schaf spielt Basketball Oh Okay, okay Okay, okay Ein Schaf spielt Basketball Oh shit Oh shit Okay Das ist gut gezahlt Schaf dankt Basketball an den Hort Während sein Team führt Äh, wo ist das Schaf? Ich dachte, Schaf wäre ein Spitzdammel für irgendjemand Basketballspiel Und Marco total stumpf Anatoly hat's verkackt Aber schön, dass sie fast das gleiche Ergebnis hattet, Laura Und Ja, Traum Ich hab mir so viel Mühe gekriegt Okay, nächstes Aber sehr gut Sehr gut, sehr gut Ein Koala fährt Fahrrad Ja, was? Wow Oh, schüß Es war ein Koala Es war ein Koala Oh shit, das ist ja gar nicht schlecht, ey Nicht schlecht Ja Ein Koala fährt Fahrrad Oha 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 Das ist kein Koala Oha Das ist kein Koala Das ist kein Koala Alles klar Alles klar Okay, Koala, Mann, ey Was ist das denn? Okay, nächstes Soldat mag Kinder Ach so war das? Du bist so ein Idiot Ach so war das? Das ist okay Pädophiler Soldat Das ist doch gut Prinzipiell Das ist immer noch richtig Das ist immer noch richtig Oh, da kam Oh, da kam der Anruf Nein Typ im Tarnanzug Ja, nein Oh, ja Es war noch eine Koala Pädophiler Soldat Okay, mal gucken Was sich Anton ausgedacht hat Oh, kann ich Extrem viel Käse Oh, du warst das Oh, Mann Das ist schön Was ist das? Verschiedene Käsesuppen Was ist das? Ganz links geriebener Käse Ach so, lol Oh Ratte leckt am Stinkpapier Oh, geil Next one Ratte Was ne Ratte Das werden jetzt glücklich gemacht Oh, ne Pommes Oh Gott, nein Oh nein, das wird keine Pommes bleiben Äh, nein Monster frisst Menschen An einem riesigen Haufen Scheiße Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Der Drache bütet Menschen Und das ist Scheiße Okay, Pommes zu Drache Nicht schlecht Brutal, okay Das ist Scheiße Auto kracht in einen Baum Das war einfach, ja Was hab ich da gemacht? Okay, das ist simpel Ja Ein Auto fährt an einen Baum und brennt Feuer Guck schön, guck schön Sehr schön Frau am Steuer Was? Er war Nur für Laura Frau am Steuer Punkt, Punkt Ich denke mir brennt das Auto War zu einfach Ach, ich muss das ein bisschen aufzappeln Nein, das ist einfach für Schwister Ja Was? Du und Anatoly Also Kai Anatoly Laura Was hast du dir ausgedacht? Anti Kai Club Oha Oha Ach so, weil ich die HE werfe Weil du die Dien hast Ja, was ist das? Ja Sieht aber echt ganz gut aus Schießt mit Automatikpistole Was? Wo sieht man denn die Automatikpistole Schaut ein? Ach, schau Ich habe ein Soldat mit MD Ja, schade, schade Schön Schön, schön, schön Frau am Steuer Wie weit kann man im YouTube-Verlauf eigentlich zurück? Bis zu Laura Ne, ernsthaft? Ui Geht aber weit Achso Äh Ne, toll Genau das, was ihr da seht Ah, okay, das ist einfach Das ist aber auch ganz gut gezeichnet Ich hasse euch Was soll das denn sein? Ah Döner-Dreieck Was will der mir damit sagen? Ja, doch, wird das sein Also ich finde ja Das Wortspiel so süß mit diesen zwei Aber Ach Gott Oh, okay Äh Was ist das? Ey, das ist so hart kacke So hart kacke Äh, es tut mir leid Ach ne Nach der Runde muss ich kurz was essen gehen Nein, nein Doch Dann gehe ich eine rauchen Eine Läbstose Ja, dann mach das Ne Du gehst nicht essen Ach, natürlich Oh hart Da war ein knallhart, ey Wie gesagt, du gehst nicht essen, ich geh nicht rauchen Das ist mir egal Trotzdem meine Bezeichnung Ne, ne Ihr müsst beide mit eurer Sucht aufhören Wieso Sucht? Essen Konsum ist nicht gut Konsum ist nicht gut In der Regel Egal Egal Kacke Oh nein Was ist das? Das war doch vorher voll perfekt, Alter Hä, was ist das? Was ist Äh Ähm Wie heißt der aus der Sesamstraße? Laura Ah, warte mal Ne, scheiße Oh Mann, verdammt Nein, okay Schreibt, 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 schreibt Fertig Nein, oh Ich hab's hingegreit War die letzte Mal noch fertig klicken Oder reichst du Es reicht, wenn du Ja Okay, seid ihr right Person mit Bahnenflöte in Poncho Oh, du Wichser, Alter Das war voll schwer Aber wird gut, aber wird noch gut Ah, okay, okay Es geht doch voll klar, ey Ja, das ist gut, das ist gut Ein Mexikaner spielt auf einer Flöte Oha, gleich rassistisch, ey Was? Das sieht jetzt eher so asiatisch aus, aber Hat den Platz der dritten Spieler Auch nicht Ah, Flöte wurde erkannt Ich bin eine gute Nudel Schau, mein Stern Was? Kenn ich nicht Es ist Spongebob, ey Es ist Kulturlücke bei euch, oder was? Ja, definitiv eine Lücke, aber Kultur nicht Nudelstern ist auch nicht schön Oh, dann wird das Endergebnis sehr gut, sag ich euch Nudel plus Stern gleich Nein, Junge Oh, oh Okay, tut mir leid Kondom mit Bananen Ich sehe aus wie ein Kondom Voll wie kreativ Scheiße Ich vergesse, wir waren bei Bahnenflöten im Poncho Ein Elefant tritt auf einen Koala Ne, davor Der Elefant hat gar keine Ohren Ah, Koala, wow Okay Oh, die Maus ist richtig gut Das ist richtig gut, ja Wow Elefant tritt auf Maus Oh Gott, man hat es erkannt, sehr gut Sehr gut Ich hätte erst null erkannt, Alter Was ist das? Marco, bitte Männer, paar benutzen Warte, was ist das da oben drauf? Warum erkennt man da einen Elefanten? Was ist da oben drauf? Was ist das? Das ist Nashorn, nur anders Für die Mordlust auch gut Aber wie ist lächelt dabei? Mordlust Mordlust Psychische Probleme Ein Fallschirmsprung von einer minimalen Erhöhung Oh, okay, scheiße Zur Hölle Ich wusste leider nicht, wie hoch das ist Fallschirmspringer Wir gehen immer höher Fallschirmspringen aus dem Flugzeug Ja, aber wie hoch? Oh, du Scheiße Was ist denn mit ihm, Alter? Heute mehr fertig schreiben Mordlust springt aus dem FL Ja, genau Alter, was ist mit Gaborn los? Sorry, ich bin high Krasses Bild, ey Deswegen weitergegleich Sogar mit Schnur zum Ziehen, ey Freak, so muss es sein Richtig, richtiger Freak, Alter Krass Elefant im Bordzelanladen Oh, Bordzelanladen Oh, nein Oh, Marco, dieser Elefant Marco, das ist nicht richtig, Marco Ein Elefant im Bordzelanladen Oh, nein Dieser Elefant Elefant in der Küche Oh, schick, schick Elefant in den Haufen Nein, ah, fast Küche war dann zeitlich ein Problem Deswegen habe ich Fenster noch gemacht Der Küche Ananas hat Sex mit einer Banane Oh, jei Ananas Banane Eine Ananas spart sich mit einer Banane Okay, das habe ich noch nicht mehr erkannt Ananas mit Bananen Telefon Kacke Ananas Welt Oh, mein Gott Wie konnte das so abdriften? Hallo Ich habe das nicht erkannt Dass die da Liebe machen Ja Vetter Mensch Mir ist nichts angefallen Sorry Jetzt ging mir die Zeit aus beim Schreiben Eine Frau hat vier Seiten Spann 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 Kartoffeln mit dickem Anten Betrachtet sich im Schild Jawoll Jawoll Sick Bester Markwort Oh, Laura, von dir war es auch schön gemalt Muss man sagen Guck mal, ich bekomme das aber in der Kartoffel Daraus erkennen Sie schon Das sieht aus wie eine Erdnuss Nein Ja, da habe ich auch erst angeklafen Nein Nein